Ich muss, um den elektrischen Strom verlustfrei übertragen zu können, den kompletten Querschnitt in irgendeiner Form konjaktieren. Jetzt hält sich da eine Hülse drum, dann kann schon mal eins nicht passieren, nämlich dass wir die einzelnen Lützen abhanden bekommen. So, wenn ich das jetzt nur so mache, alles gut. Wenn jetzt eine Schraubklemme käme, würde die Konjaktierung ja machen. Wenn hier ist aber ein normaler Elektriker, der macht dann 15, 20 von diesen Leitungen parallel. Wenn er nur die Hülse drauf setzt, versucht die dann frei nach anzuschließen und fallen hier runter. Verkreisert. Hast du es vorhin? Ja, eine Sekunde. Die Voreinstellungen, das hätte ich schon geschafft. Okay, ich mach's, dann geh ich. Richtig. Doch. Und zu fest? Nein, nein. Einfach bis explodiert. So, das war's. Hast du es? Halt ich den Nimmer? Ja. Dankeschön. So, jetzt gibt's da... Vielen Dank. Vielen Dank.